Musik Im Projekt ProLine beschäftigen wir uns mit Grundwasserschutz, und Schutz vor Hochwässern und vor Trockenheiten. Und zwar, indem wir die Landnutzungen der verschiedenen betrachten und eben ihre Auswirkungen auf den Wasserkreislauf. Um die Herausforderungen und Problematiken des Trinkwasserschutzes auch in der Zukunft sicherzustellen, auch im Lichte des Klimawandels, wurden zehn Pilotgebiete ausgewählt, verschiedene Pilotgebiete in den einzelnen Ländern, die näher untersucht werden. In Österreich haben wir zwei Pilotgebiete. Das eine ist Weidhofen an der Ips, und das andere ist das Trinkwassereinzugsgebiet des Wiener Wassers. Musik Wir sind auf der Bodenwiesn-Alm. Das ist am östlichen Ausläufer des Schneebergs, der ein Karsgebirge ist. Der Kars zeichnet sich dadurch aus, dass es kaum Oberflächenabfluss gibt. Der Niederschlag versickert eigentlich sofort. Und das ist auch eines der möglichen Probleme mit der Almwirtschaft. Das heißt, die Fäkalien, der Kier, der Viecher können unter Umständen in das Grundwasser, in das Karsgrundwasser eindringen. Im Bereich Wiener Wasser ist die Konzentration eher auf die Weidewirtschaft gelegt, wo hier auch versucht wird, hier nachhaltige Bewirtschaftung zu gewährleisten, damit das Trinkwasser gesichert ist auch in Zukunft. Basierend auf dem können wir dann feststellen, wo wirklich sehr genau, auf welchem Platz, auf welchem Fleck wollen wir keine Weidewirtschaft und wo ist es kein Problem, dass man das mit der Wasserwirtschaft kombinieren kann. Und es werden auch hier in diesen beiden Pilotgebieten bereits konkrete Maßnahmen gesetzt, auch jetzt im engen Zusammenwirken mit den Betroffenen. Ich bin da heute auch für die Viecher, seit fünf Jahren. Ich habe hier um die 102 Stücke getan. Meine Aufgabe ist halt, schauen, dass die Viecher gesund sind, dass sie Wasser haben. Ja, ein bisschen Gewistl machen, dass die Wiesen schein sind, dass der Zaun in Ordnung ist. Und wie gesagt, Wasser, Wasser, das ist das Wichtigste. Dass die Wiesen angefressen werden, das ist es um und auf, weil es sonst verwildert ist. Verwildern heißt, da kann man nur stauen, klumpert. Und dadurch wird sich sicher unterhalb ein Schimmel auch bilden. Dann ganz unterhalb nicht, weil wenn das sich zulegt und alles nicht. Und ob das für das Wasser dann so gut ist, weil ja sicher auch dadurch Keime auch reinkommen und alles nicht. Das, was das Viech verhindert, wenn der das alles anfrisst und das alles schön gepflegt ist. Wir, Wiener Wasser als Partner in diesem Projekt, bringen unsere bald 20-jährige Erfahrung in EU-Projektabwicklung ein. Aber noch viel mehr bringen wir unsere jahrzehntelange Erfahrung als Wasserversorger aus Karstgebieten ein. Wir betreiben schon so lange systematische Karstforschung. Diese Untersuchungsergebnisse mit unseren Maßnahmen, die wir zum Schutz des Grundwassers betreiben, soll mit den anderen Partnern ausgetauscht werden. Das Wasserwerk Wäthofen und Eps versorgt die Stadt Wäthofen und Eps seit 124 Jahren mit Wasser. Vor allem aus Karstquellen. Und seit etwa 25 Jahren versorgen wir auch umliegende Gemeinden und Betriebe mit Trinkwasser aus Weithofen an der Eps. Wir versuchen seit einigen Jahren an Interreg-Projekten, Forschungsprojekten mitzuarbeiten. Und diese Zusammenhänge zwischen Wald und Wasser. Und hierfür muss man verstehen, dass etwa 80 Prozent des Einzugsgebietes unserer Wasserspender Wald ist, zu erforschen. Der Wald hat eine sehr gute Funktionalität zum Schutz des Trinkwassers. Der Regen kann sehr gut in den Waldboden infiltrieren. Dann kann im Waldboden sehr gut Wasser gespeichert werden. Und der Wald schützt sehr gut und effizient vor Erosionsdynamik. Wichtig ist für uns die Definition von Richtlinien für die Waldbewirtschaftung, um den Trinkwasserressourcenschutz in so einer Form zu entwickeln, dass auch in Zukunft die hohe Qualität des Wassers für Wäthofen und Eps gewährleistet werden kann. In der Praxis wird das so aussehen, dass wir mit den einzelnen Waldeigentümern sprechen und mit ihnen Verträge abschließen, damit sie den Wald so bewirtschaften, dass die Trinkwasserschutz-Funktionalität des Waldes erhalten bleibt. Das Wichtigste für uns ist immer die Vermeidung des Kahlschlages. Kahlschläge werden in Österreich im Normalfall sehr weit verbreitet angewandt. Und dadurch kommt es zu einer sehr starken Mobilisierung der Stoffe, die in den Wurzeln zum Beispiel gespeichert sind. Die können schon als erster eine Verunreinigung des Trinkwassers verursachen. Darüber hinaus wird auch der Boden geschädigt, der Humus wird abgebaut. Und dadurch kann es zu Verunreinigungen kommen des Trinkwassers, vor allem im Zuge von Starkregenereignissen, die sie bei uns sehr häufig auftreten. Man macht statt einem großen Kahlschlag nur kleine Eingriffe, kleinräumige Eingriffe. Das heißt, der Wald wird dann ungleichaltrig gestuft. Und dadurch ist die Stabilität des Waldes viel höher gegeben. Das Ziel dieses Projektes ist, dass eine effiziente Landnutzung entwickelt wird im Sinne des Trinkwasserschutzes. Und wir erwarten uns von den durchgeführten, beauftragten Maßnahmen, von den Forschungseinrichtungen ein noch besseres Verständnis über die Zusammenhänge von Grundwasser- und Landnutzungen.